So willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Update Video wie es mir in den Comments Plays den Weihnachten Und ja, naja Überraschung ich habe jetzt ein neues Setup gemacht mit meinem Stativ So habe ich hier die PS, ja die Playstation HD 6 6 Kamera draufgepackt und ja das ist mein Setup So werde ich jetzt künftig die Pornos drehen, so von CP ist alles dabei, dann Spaß machen, mein Gott, ich würde so scheiße labern Auf jeden Fall hier werde ich dann meine Fresse auch nehmen, meine hässliche verwichste Fresse damit auch nehmen Hier werde dann mein Stuhl sein und dann hier der Controller Und so werde ich dann aufnehmen, ja ist doch gut Hier ist dann mein Bildschirm Hier ist übrigens die PS4 6, das ist die erste Playstation 6 Konsole Selber habe mir Sony zugeschickt für 1000 Euro, weil ich natürlich gezahlt bin natürlich Zuhälter Hier ist der Swiffer übrigens ein Tipp, immer schön abswiffern hier, das gute Stück Weil sonst heißt es irgendwann Weil sonst heißt es irgendwann Es ist so verstaut, es ist so dreckig Dann mach sauber, faules Sau Wenn ich sehe jetzt selber, hier ist in den Lüften Ist schön sauber, ja So hier der Klavierlack, ja das ist Ist halt sehr empfindlich der Klavierlack Aber was soll man machen auf jeden Fall Zum einen hier das Setup Und dann, was wollte ich sagen, ah ja Jetzt playtechnisch The Forest Staffel 1 ist beendet Da kommt jetzt erstmal nichts mehr Vorerst Mafia 3 läuft ganz normal weiter Zwischendurch geht der 5 Kommt bald Und geht der online Läuft bald weiter Und Es kommt noch ein Let's Plays Schauen wir mal Minecraft auf jeden Fall Und dann Resident Evil Ihr könnt auch mal hier entscheiden, was ihr sehen wollt Schreibt sie mal in die Kommentare Was ihr hier sehen wollt Für Spiele Oder hier Schaut euch Wünsche ich gerne in die Kommentare Oder ich mach eine Umfrage auf Twitter Was ihr denn gerne sehen wollt Oder wollt ihr wieder Let's Play Do Gater Wenn gute App tun Da wieder Äh da wieder Was wollt ihr sehen Was sollen wir spielen Die Reisers Schreibt es doch gerne in die In die Kommis Was ihr sehen wollt Soll ich nur mal kurz sagen The Forest ist erstmal fertig Jetzt geht es weiter bei GTA 5 Und Mafia Und dann vielleicht noch andere Spiele Ich mag es immer wie ich will Ich mach nichts Festes Erstmal ist es kein großes Let's Play geplant Das dauert noch Das wird ich glaube ich Als nächstes Jahr dann starten Welches Spiel es sein wird Muss ich noch gucken Das wollte ich nochmal kurz sagen Auf jeden Fall Ist das doch ein richtig gutes Auf Das war's erstmal mit diesem Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal